Was geht, meine Freunde? Willkommen zu einer erneuten Folge auf der YouTuber-Insel Was geht? Und heute habe ich was ganz Besonderes geplant. Nein, Spaß, Leute. Heute ist wirklich ein schlechter Tag. Ein sehr trauriger Tag für euch und für mich. Ich bin euch ehrlich, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Und zwar, ich habe mir was überlegt. Ich habe gesehen, Alpha-Steinchen ist online, Leute. Oh mein Gott. Ja, da haben wir es. Ja, jetzt ist was gesprengt worden, Leute. Das gehört gar nicht dazu, Mann. Ich habe versucht, wieder aufzubauen, aber ich habe nicht genug dabei. Und zwar, Leute, ich verlasse den Alpha-Clan. Ihr habt richtig gehört. Und ich möchte jetzt Alpha-Steinchen sagen, Leute, weil ich bin euch ehrlich, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Immer dieser Krieg ist endloses Krieg und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Wirklich, Leute, es geht mir zu weit. Ich würde sagen, ich gehe mal zu Alpha-Steinchen und sage ihm das. Ich hoffe, er wird nicht wütend sein, weil der Alpha-Clan war wirklich krass. Äh, ich sage euch ehrlich, der Alpha-Clan wird immer in unserem Herzen sein. Ich bin euch ehrlich, Bro, was soll man sagen? Also, da ist Alpha-Steinchen da. Hallo? Hallo? Ja, was ist los? Alpha-Steinchen, wo bist du? Keine Ahnung, ich bin irgendwie, ich weiß nicht. Äh, also, was geht? Ja, was geht? Ähm, Alpha-Steinchen, komm mal her, okay? Das ist... Nee, komm zu. Das ist wirklich richtig wichtig. Also, das heißt wichtig, sondern ich glaube, du wirst ein bisschen sauer sein oder allgemein einfach... Äh... Ich will ganz sowieso ein bisschen traurig. Ich will, wenn ich will, wenn ich will, geht es gleich gut. Ja. Ja, Alpha-Steinchen. Ähm, werd jetzt bitte nicht sauer, okay? Hier, paar Enderperlen. Ähm, also, ich verlasse den Alpha-Clan. Warte, warte, Alpha-Steinchen. Warte, Alpha-Steinchen. Ich verlasse ihn, weil du musst verstehen. Der Alpha-Clan ist nicht mehr wie früher. So, es... Es muss eine neue Macht geben und so, aber... Nein, ich verlasse möglichst den Alpha-Clan, Alpha-Steinchen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Alpha-Steinchen, okay? Es tut mir leid. Alpha-Steinchen! Beruhig dich! Beruhig dich, Alpha-Steinchen! Beruhig dich, okay? Es tut mir leid, bitte! Alpha-Steinchen, bitte! Ich mach das wieder gut, okay? Bitte, Alpha-Steinchen. Es... Es tut mir leid. Es gibt einen Grund dafür. Es gibt einen Grund dafür. Also, es... Da... 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 Da muss ich erst mal... Oh, Alpha-Steinchen. Guck mal. Ich verlasse den Alpha-Clan, ne? Mit einem richtig besonderen Grund. Aber das weiß meine Community noch nicht. Aber deine weiß ich es noch nicht. Also, guck mal, Alpha-Steinchen. Ich bin gleich wieder da. Bleib genau da stehen, okay? Alpha-Steinchen! Das... Das wirst du dich bereuen. Das wirst du dich bereuen. Vertrau mir. Vertrau mir, Alpha-Steinchen. Okay, Alpha-Steinchen, bleib hier stehen. Ich geh, ich geh, ich geh, Alpha-Steinchen. Das hat einen richtig besonderen Grund. Okay, ich geh. Also, Leute. Ich verlasse den Alpha-Clan. Okay, ich erkläre es euch jetzt mal. Also. Hahaha. Hahaha. Äh, Leute. Ihr habt sicherlich nicht verstanden. Also, ich verlasse den Alpha-Clan. Denn jetzt gibt es die Höllenkrieger. Für die Höllenkrieger. 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 Und Leute, das Ding ist, ich meinte, ich verlasse den Alpha-Clan, weil es ja eben jetzt die Höllenkrieger gibt. Der Alpha-Clan ist Geschichte, Alter. Ich bin doch nicht ehrlich. Also, ihr seht, meine Rüstung ist jetzt rot. Ich habe die rot gefärbt. Und ich habe rote Augen. Ich bin doch nicht ehrlich. Das sieht so krank aus. Also, der Alpha-Clan dominiert zur Zeit richtig. Und deswegen müssen wir mal was tun. Und, ähm, Alpha-Clan. Hallo. Ist Alpha-Clan hier? Ich bin nicht hier. Wo bist du? Hallo? Alpha-Clan. Bro, ich will dir doch mal was erklären, warum ich den Alpha-Clan verlasse. Weil es gibt jetzt die Höllenkrieger. Hast du das nicht gecheckt? Hast du das wirklich nicht gecheckt? Achso. Ja. Es gibt jetzt die Höllenkrieger. Alpha-Clan. Ja, okay. Es stimmt, es stimmt. Aber wir... Ey, Alpha-Clan. Aber wir... Beruhig dich. Ja, Alpha-Clan ist besser. Weißt du was? Ja. Ich habe ein Geheimnis. Das habe ich noch nie mal aufgetraut. Weißt du, soll ich dir was sagen? Also, Snoopy. Ja. Mein Geheimnis ist... Ich habe eine Hölle im Kacken. Was? Oha. Aber, Alpha-Steinchen, du weißt, es gibt ja jetzt die Höllenkrieger. Ich habe jetzt auch rote Augen natürlich für den Alpha-Clan. Nein. Nein. Für die Höllenkrieger ist das jetzt... Ja, okay, okay. Wir sind noch im Herzen der Alpha-Clan. Wir sind noch im Herzen der Alpha-Clan. Ja. Aber eins muss ich dir sagen. Ich habe erst mal ein bisschen jetzt ein paar Enderpellen für dich. Ja. Alles Dankeschön. Was du... Was du alles für mich gemacht hast, Alpha-Steinchen. Ich habe keine Goldäpfel. Das ist bestimmt Goldäpfel. Nee, ich habe keine Goldäpfel. Das ist wie bei der Scheine. Ja, hier ein Goldäpfel. Einen Goldäpfel habe ich. Hier, bitteschön. Aber mehr habe ich auch nicht, okay? Okay. Also, Alpha-Steinchen. Ich muss dir mal was erklären, ja? Wir als Alpha-Clan... Nee, nicht als Alpha. Wir sind jetzt hier Höllenkrieger. Woran muss man sich erst mal gewöhnen. Und du weißt, wir müssen dominieren. Wir müssen einfach krasser werden. Wir müssen jeden... Wir müssen Süds Kopf holen, Mann. Äh, äh. Äh, ist schon echt schlecht. Ja, das Ju ist schon schlecht. Aber ich bin ehrlich... Hier, ich habe noch einen richtig krassen Trank für dich, okay? Du musst... Hier, bitteschön. Der ist richtig krank. Das ist krass. Feuer-Resistenz. Ich kann gar nichts, was du mich hier hast. Brüder, ich weiß auch nicht, wenn ich in Süddeck bin. Äh, okay, okay, okay. Alpha-Steinchen, beruhig dich. Alpha-Steinchen. Wow, wir sind doch Freunde. Wir sind doch Freunde. Okay, Spaß, komm. Schmal. Äh, äh. Alpha-Steinchen, okay. Okay, 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 okay. Ich gebe die Sachen. Ich gebe dir Sachen. Ich gebe dir Free-Items. Ich gebe dir Free-Items. Ich, okay. Alpha-Steinchen. Ich gebe dir Free-Items. Ah, Leute, hilf mir. Lass alle ein Like, ein Abo da. Moment. Oh, Alpha-Steinchen. Beruhig dich, okay? Ich bin tot. Zweieinhalb Herzen. Zweieinhalb Herzen. Ich habe zwei Herzen, Alpha-Steinchen. Warte mal, ich sehe noch, was da drin ist. Ey. Mann, ey, Alpha-Steinchen. Warum? Das ist echt unfit. Das geht so nicht. Du hast ein Leben verloren von diesem Projekt. Mit mir machen wir keine Spieße. Ja, aber jetzt will ich auch ein Totem haben dafür. Ich weiß, ich weiß. Was? Nein, nein, nein. Äh, 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 wieso geht der, äh, äh, Alpha-Stein? Wieso geht der jetzt? Ähm, was macht der da? Was, was macht er? Nein! Hä? Was macht der da, Leute? Hä? Der fliegt da rum. Äh, äh, Alpha-Stein... Ähm, geht's dir gut? Geht's dir gut, Alpha-Steinchen? Äh, ich bin tot. Äh, du bist tot. Okay, du bist tot. Bist du noch tot? Ich bin weg. Äh, ich bin tot. Äh, okay. Tschüss, Alpha-Steinchen. Tschüss. So, Leute. Weil wir jetzt hier Höllenkrieger sind, bin ich euch ehrlich... Alpha-Steinchen ist da noch. Äh, fliegt weg, glaube ich. Wir sind ja richtig krass, das wisst ihr. Hier nochmal. So sehe ich jetzt aus. Ihr wisst ja, meinen Skin habe ich geändert. Ja, also wir als Alpha-Clan müssen dominieren. Das wisst ihr ja. Was heißt Alpha-Clan? Wir sind ja jetzt die Höllenkrieger, Leute. Nicht Alpha-Clan, die Höllenkrieger sind wir. Ja, und ich bin euch ehrlich, ich weiß nicht, was Alpha-Steinchen gemacht hat. Alpha-Steinchen, sorry. Ich will jetzt erstmal die Bären wegmachen, weil die sehen echt scheiße aus. Ich habe die herangemacht, weil Alpha-Steinchen ganz viel davon hatte. Und ich wollte natürlich auch welche haben. Die sehen echt scheiße aus. Die sehen wirklich nicht gut aus, Leute. Und ja, Freunde. Ich bin euch ehrlich, wir sind so krass. Wir sind zurzeit wirklich... Ich weiß nicht, ob wir gerade am dominieren sind oder nicht. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Also, ich weiß es nicht genau. Da unten ist Alpha-Steinchen. Alpha-Steinchen! Für die Höllenkrieg! Okay, ich lasse dich in Ruhe. Also, ich bin euch ehrlich, wir müssen mal hier ein paar Zeichen setzen für die Höllenkrieger. Ich will wieder Alpha-Steinchen sagen, aber wir sind ja jetzt die Höllenkrieger. Und daran muss ich mich gewöhnen. Ähm, warte, ich brauche Schilder. Ähm, so. Also, einmal bei Chaos für was hinschreiben. Für die Höllenkrieger! 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 Ich bin euch ehrlich, wir sind gerade am Gewinn. Für die Höllenkrieger. Ich weiß leider nicht, ob man es richtig geschrieben hat oder nicht. Also, ob ich es richtig geschrieben habe. Aber ich denke schon, Leute. Ähm, hier. Für die Höllenkrieger! 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 Ich bin euch ehrlich. Und Alpha-Steinchen steht da auf K. rum. Okay, kann ich aber nachvollziehen, weil die Jutschmeinsel ist halt krass. Ihr wisst Bescheid. Wir kriegen ja... Also, wir bauen uns ja im Nenner wahrscheinlich eine Festung. So eine richtig krasse Festung. Also, wir bauen uns richtig krass. Wir werden dann wirklich die krassesten sein hier auf der Insel. Weil wir halt so eine krass Festung haben mit Fallen werde ich da hinbauen. Ich werde alles drum und dran hinbauen, Leute. Ich glaube, mein Haus hier muss ich... Ich glaube, ich muss Fallen stellen. Wenn man hier reinkommt, dann explodiert es. Weil das Haus habe ich richtig unnötig gebaut, bin ich euch ehrlich. Es war eigentlich richtig unnötig, das Haus zu bauen. Rot ist natürlich gut für die Höllenkrieger. Ähm, ihr wisst genau. Ich mache natürlich noch einen Plan. Aber das ist natürlich immer noch Schnee von gestern, sage ich mal. Und, äh, ja, Freunde. Also, ich bin euch ehrlich. Ich will jetzt, warte mal. Ich will eine Falle bauen. Ich gehe mal kurz zur Ender-Chase hier bei Alversteinchen. Weil, ich bin euch ehrlich. Wir müssen jetzt irgendwas bauen, was richtig krass ist. Oder eher gesagt, eine Falle. Eine Falle würde ich ganz sicher bauen. Hier eine Schmiedevorlage. Noch eine Schmiedevorlage. Falls ihr es nicht wisst, ich habe bei Tsitashi Sachen geklaut. Und musste ich mir die wiedergeben, weil meine Rüstung kaputt war, Leute. Ähm, ja, das ist aber egal. Ich habe Diamant gefarmt. Ja, ich glaube, das mit der Falle wird jetzt nichts. Das wird ein bisschen schwer. Ja, also, das wird sehr, sehr schwer, Leute. Ähm, warte mal. Ich muss mal hier kurz runtergehen. So. Ich hoffe, hier sind noch ein paar Sachen, die ich klauen könnte. So, und, ähm, ich bin euch ehrlich. Ich muss hier ein paar Sachen klauen. Und ihr wisst Bescheid. Ähm, ach, hier ist doch Prismarine. Jetzt habe ich vorhin gesucht. Aber, ja. Oh. Die Sachen brauche ich. Die nehme ich alle mit. Was brauche ich davon? Rote Farbe. Natürlich für die Höllenkrieger. Weil, rot, ihr wisst Bescheid. Was gibt es hier Schönes? Gibt es hier noch ein paar Sachen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Leute. Schade, schade, schade. Ich hoffe natürlich, wir werden, äh, Schönes besiegen. Wir werden die, ich denke mal, so grob komplett Hops nehmen. Also, ja, wie gesagt. Ich hoffe, wir werden die besiegen. Wir werden, also, ich denke mal, safe event nehmen. Also, äh, hier. Ich habe auch gesehen, Moni. Da war ich sogar letztens. Meine Hose ist kaputt gegangen. Ich musste mir wieder eine neue holen. War sehr schwer. Also, sie hat hier irgendein Rathaus gebaut. Und ich bin euch ehrlich, wir müssen mal in Zeichen setzen, was da ist. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Für die Höllenkrieger natürlich. Natürlich müssen wir ja schreiben hier. Weil die Höllenkrieger sind am Siegen. Ne, Moni, falls du das siehst? Leg dich nicht mit uns an. Das wäre ein Fehler, wenn du dich mit uns anlegen würdest. Das würde nicht gut für dich enden. Ähm, ja, aber ihr Rathaus sieht gut aus. Wäre es rot, wäre es natürlich besser. Also, für die Höllenkrieger wäre es natürlich besser, Leute. Also, rot würde ich das schon sehen. So, mit ein bisschen Lava und was weiß ich. Also, mit allem drum und dran. Hier hat sie auch ihr Haus und ihr Café, glaube ich. Aber ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Was ist hier drin? Da hast du nämlich gerne alles mit, ne, Moni? Ich nehme das gerne mit. Warum nicht? Warum nicht, Moni? Warum nicht? Also, ich finde sehr gut, was sie hier gebaut hat. Natürlich in rot, ne? Wie ich gesagt habe, wäre besser. Also, kann man sich nicht beschweren für. Es wird langsam dunkel, ey. Warte mal, ich muss schnell zurückfliegen. Alter, es ist dunkel. Leute, ich will nicht wieder meine Rüstung kaputt machen oder so. Es ist gar nicht gut. Und der Alba-Tower, da ist auch kein Wasser mehr drin, habe ich gesehen. Also, es ist sehr gut. Ich bin euch ehrlich, das ist sehr, sehr gut, dass hier kein Wasser mehr drin ist. Weil jetzt können wir bessere Meetings machen. Ähm, davor war ja Wasser von Moni drin. Moni, du kriegst ja für deine Rache auf jeden Fall natürlich noch. Was gibt es hier so Schönes? Äh, irgendwas müsst ihr hier doch geben, was man so benutzen könnte. Äh, rote Farbe nehme ich immer mit, um vielleicht Sachen zu beschmücken mit, mit irgendwas, mit Netherite oder was weiß ich, irgendwie sowas, Leute. Dass es ein bisschen schöner aussieht. Ich denke, ja. Warum ist hier eine Höhle? Was ist das hier? Hä? Irgendwas wurde hier gebaut, Leute. Ich habe auch keine Ahnung, was das hier ist. Ähm, muss man den Alpha Clan mal ein bisschen schön halten, ne? Also, alles ist hier auch kaputt gegangen, Leute. Guckt euch das mal an. Alles ist kaputt gegangen von den ganzen Leuten. Ähm, weil die haben hier was gesprengt, hier was gesprengt, hier was gesprengt. Also, die haben alles mögliche gefühlt gesprengt. Weil, ihr wisst ja, die alle denken, der Alpha Clan ist böse. Also, allgemein auch die Höllenkrieger jetzt, ne? Weil wir sind ja jetzt die Höllenkrieger. Aber, manche wissen auch nicht, dass die Höllenkrieger, also wir, der früherige Alpha Clan, Gutes mitzwecken will. Das wissen die einfach nicht. Ich checke auch nicht, warum. Also, der Alpha Clan steht wirklich nur für das Gute. Und das verstehen halt manche nicht. Das ist das Problem. Ähm, das können die auch nicht verstehen. Das können die ganzen Leute nicht verstehen, dass wir die Guten sind. Und die wahrscheinlich die Schlechten oder so. Ich weiß nicht, Leute. Und ich bin euch ehrlich. Wir sind ja jetzt die Höllenkrieger. Nicht mal der Alpha Clan, falls ihr es nicht wisst. Also, wir sind nicht mal der Alpha Clan. Wir sind jetzt die Höllenkrieger. Ich habe wieder rote Augen, so wie es sich gehört. Hey, hey. Äh, okay. Es ist dunkel. Ich muss schnell in mein Haus gehen, Leute. Schnell, schnell. Schnell in mein Haus. Schnell in mein Haus. Oha, ich bin versuchtert. Es ist lieber ein Goldapfel. Also, wie gesagt, Leute. Wir sind jetzt die Höllenkrieger und nicht mehr der Alpha Clan. Und ich hoffe, das gefällt euch. Weil die Höllenkrieger werden uns eine krasse Festmacht. Und ich sage es euch so, wie es ist. Und ja, ich würde sagen, das war es mit der Folge. Ich hoffe, die Höllenkrieger gefallen euch. Und natürlich ich, der Snoopy. Ihr kennt mich ja noch von früher, so der süße Snoopy. Aber jetzt bin ich der Alpha Clan-Member, der früherige, nicht der jetzige. Ähm, ja. Und ich würde sagen, Leute, das war es mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, wie immer. Und ja, Leute. Ciao, ciao. 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 Ciao.